Herzlich Willkommen hier zurück bei Iron Talk Tomb Raider Rising Das letzte Mal hier stehen geblieben Wir sind auf dem Weg zum Prophetensturm durch die Stadt wo die unsterbliche Armee ist die nicht so ganz unsterblich ist und ja gehen wir mal los Sieht ja schon cool aus Die unsterblichen patrouillieren die Straßen Ich muss in Deckung bleiben Aha Wo patrouillieren die? Ich sehe ja noch gar keinen aber okay Es ist schon cool Ne, das ist keiner Probieren wir es mal aus Ne Wir versuchen mal so lange unentdeckt zu bleiben Alarmglocken Die sollte ich ausschalten Alarm? Okay Da ist eine Glocke noch Katapult Ich weiß gar nicht Okay Da oben ist auch noch eine Glocke sehe ich gerade da Oh guck mal da ist ein Belagerungsturm Stimmt ja Die wurden ja angegriffen Krass Das ist scheiße Wie? Goldene Musaike Kann ich nicht machen Okay So der Glocke nach drüben Laufen Blutschweine rum Okay Voll auf dem Fuß Ich bin eingeklemmt Nein Aber Schmerz Scherz Ähm Oh Okay Keine Ahnung Wieso Da war ja noch in der Kuh Einbildtechnisch gesprungen Okay Also da oben Wo ist auf jeden Fall noch eine Riefen da gerade Achso ein Wildschwein Wildschwein Ah ist okay Okay Danke Lara Man gibt's so viel zu entdecken Okay alles voll Ähm Ich glaube da drin ist ein Eisbär Ah 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 Ohohoh! Shhh! Nein, nein, nein! Ja! 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 Okay. Puh! Okay, hier haben wir noch mal Papiere zum Lesen. Als ich hinsah, hat der Tote geatmet. Es klang fast wie ein Todesröcheln, als er das erste Mal wieder Luft einsog. Dann sah er mich an und endlich erkannte ich ihn. Ich habe diesen Mann bereits getötet in der Schlacht. Er hat es nicht vergessen. Ich tötete ihn erneut, schlug seinen neuen Schädel ein, bevor er aufstand. Aber wieder schwelt seine Asche. Wenn er aufwacht, werde ich fort sein. Der kalte Blick in seinen toten Augen war wie ein Versprechen. Wie der Phönix wird er auferstehen. Wieder und wieder. Jedes Mal entschlossener, mein Leben zu beenden. Wenn ich bleibe, wird es ihm schließlich gelingen. Ach so, das passt schon. Okay, ja. Jetzt sind sie so unsterblich. Die stehen wieder auf. Ja, super. Durchtrennen wir das. So, drei von fünf haben wir schon mal. Sieht echt impulsant aus. Oh, die ganzen kleinen Statuen. Sieht schon echt was an sich. So, wo ist noch eine Endlocke? Da könnte vielleicht noch einer sein. So. Okay, wir machen so. Hä? Feuerfeiler? Ja. Leise. Was ist denn jetzt lang? Ach, da. Okay. Da könnte ich was lesen. Da ist noch eine Glocke. Ich sieh sie. Ich will noch einen Kaffee. Ja. Und. Ich will nicht mehr da unterhalten. Der Kaffee. Wo ist denn das nicht mit! Das ist echt ... Und ich will nicht mehr da. Das ist sehr viel passiert. Das ist nicht mehr da. Ich will nicht mehr da. Ich sehe zwar keine Glocke, aber ich gucke einfach, ob hier hinten noch eine hängt. Ne, ist. Wo hängt denn noch eine Glocke? Hinter uns vielleicht irgendwo? Hallo! Oh, ich bin zu stecken. Ich bin zufrieden. Oh, ich bin zufrieden. Ah, Alter! Ah, Alter! Ich bin hier. Oh, Wahnsinn. Lauf, lauf, Lara, Lara! Oh, ho, 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 he, 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 he. Die spielen jetzt Ring-Ringerei, ja? Okay. Und... Das war's. Dann habe ich die schwo... Ja. Mist. Fogum ich nicht ran. War all nix nicht so geplant. Na gut, was solls. Na gut, dann lesen wir das hier. Er schien mich zu erspüren, bevor ich zuschlug, als ob er das Geräusch meines Bogens kannte. Er war stark, aber ich bin klug und mir hilft der Glaube. Meine Pfeile durchbohrten ihn, aber er kämpfte weiter, bis ich ihn zwischen die Augen traf. Selbst so konnte er mich verwunden, bevor ich ihm den Schädel einschlug. Sein Körper fing Feuer. Er zerfiel vor meinen Augen zu Asche. Es ist schon Stunden her, aber die Asche schwelt noch. Sie zischt und knackt in der Dunkelheit. Ich glaube nicht, dass dies sein Ende ist. Die Quelle hat große und schreckliche Macht über die, die sie berührt. Ich muss wissen, was jetzt passiert. Entschuldigung, bin ja gerade gegen meine Tasse gekommen. Das wollte ich nicht. Ja, also die stehen wieder auf. Das ist Fakt. Eigentlich suche ich ja nur noch die letzte Glocke. Aber... Ich habe keine Ahnung wo. Gebe ich ehrlich zu. Alter, ich bin echt... Ahnungslos. Ja, manchmal ziemlich oft, aber naja. Bin ja auch nur ich, der ahnungslos ist. Ja, hier ist auch nichts. Nur Flaschenholz und all so'n Zeug. Hm. Hm. Also jetzt mal ehrlich, wie soll ich denn da hochkommen? Oh, wow! Oh! Hm. Ja. Ja. Ich weiß es nicht. unter Wasser ist. Wo ist die blöde Glocke? Schwer zu sagen, die mongolische Grammatik ist kompliziert, aber es liest sich wie Anweisung. Münzen entdeckt, okay. Oh, ein Krypteingang. Ich sehe gerade, ich komme erstmal auf die Karte. Okay. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich nach einer Google Glocke suchen soll. Also. Da ist nichts drin, da auch nichts. Da hinten waren wir, hier waren wir schon. Die haben wir auch schon abgeschnitten. Echt? Sonst hören wir uns wohl noch nicht locker ein. Nein, nein. Nein, nein. Jetzt ist mir egal. Jetzt ist mir egal. Jetzt ist mir egal. Oh! 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 Sie schießen auf mich! Vielleicht kann ich damit dieses Tor zerstören. Nein. In den Beschuss liest du noch etwas. In der Tasche ist ein Stück Feuerstein. Er dient dazu ein Feuer zu entzünden. Der mongolische Soldat musste autark sein. Sieht er sehr nett aus der Lara, aber das war jetzt gerade falsch von mir. Oh! oh hab er läuft was bist du denn da ok was ah so ok haben wir es? wir haben es Gott sei ach ja oh nee ist voll oh warte mal ups wer hat er mich hier ähm erstmal hoch hier ich muss nämlich das Katapult bestimmt ausschalten so und ha 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 später hab's geschafft ja ja gegen schnellfeuerautomatik hab dir wohl nichts einzusetzen ne ähm ähm ok ich geh mal davon aus dass ich auf das Ding schießen muss aber vor allem ich das da mit ich weiß nämlich nicht ob ich noch mal hier hochkomme ha 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 da jetzt hablo oh la ja 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 ah ja Damit kann ich das Katapult ausrichten Doch mit der Binde Ich will nur mal was testen Sieht aus, als könnte ich das Tor ins Visier nehmen Ich dachte, ich kann auch woanders entschießen Das muss reichen Dann mal los Und das mit ein Schuss nur, äh zwei Schuss Oh, was haben wir hier? Noch mehr Texte Okay, hören wir uns auch an Gott prüft mich Ich habe Waffen und Werkzeug ergattert Genug zum Überleben Der Kahn befahl einst Ich solle wie seine Soldaten Boden schießen und kämpfen lernen Und ich bin dankbar dafür Er gab mir seine eigenen Pfeile Die Rüstungen durchschießen Das Eis versorgt mich Mit genug Flüssigkeit Aber es ist rot von Blut Die Armee des Propheten Bewacht jetzt eine tote Stadt Das sind nicht die Soldaten Die uns am Stadttor empfangen haben Sie sind irgendwie verändert Unter ihnen ist ein Mann Den ich selbst im Kampf verschlagen habe Den alten Legenden zufolge Überlässt jeder, der die göttliche Quelle erblickt hat Ihr seine Seele Und erlangt Unsterblichkeit Wenn das wahr ist Werde ich hier sterben Begraben mit dem Geheimnis Das ich finden sollte Ja Und sterblich werden Aber dafür keine Seele mehr haben Ja, dankeschön Nachlagen Erhalt die vier Nachlagen Okay D2 Nachgeladen Okay Weiter mit dem Boden Ach, Lagerplatz Sehr schön Einige Gebäude sind zerstört Der Kampf hat sein Tribut gefordert Aber der Großteil der Stadt ist noch intakt Also ich könnte jetzt natürlich mir hier alles angucken Aber wir gehen jetzt weiter Aber hier können wir aber schon sehen Hier können wir was lesen Mal gucken Dieses Wandbild gedenkt der Toten der Schlacht Und all jener, die danach an Krankheit und Hunger starben Okay Ja, okay, da gehen wir nicht runter Wie gesagt, wir gehen weiter Oh, abgeschmitten Ah Panzerbrechender Pfeiler Panzerbrechender Pfeiler Ah! Oh, nein. Bege auf, falsch, fast. ganz kurz hier rüber okay das geschafft die kammer der seelen liegt hinter diesem tor ich brauche nur ein weiteres katapult wir haben es geschafft mit dem bogen sehr schön jetzt haben nicht nur hier alles aus was wir haben da ich wollte das pferd unbedingt nicht kaputt machen okay keine panzerbrechenden teile kann ich einsetzen keine ahnung wir gucken noch mal andererseits blöder schluckab gerade okay hier kommen wir nicht entlang wir müssen wirklich da durch du hast nicht viel zeit laura du musst die quelle vor ihnen erreichen ihr könnt nichts mehr tun bringt euch in sicherheit keine chance du brauchst uns ebenso sehr wie wir dich wir überleben gemeinsam oder sterben allein geht ah ja nein ist auch voll okay ich gucke noch so richtig drüber Das lässt sich mitfeuern. Okay. Die Halskette einer Frau aus baltischem Bernstein. Unglaubliche Handwerkskunst. Sie muss eine Adeligen gehört haben. Das war also nur für die Kiste. Gut. Ah, da zum Katapult muss ich. Okay, da oben. Die Tür mache ich mal auf. Okay, hoch hier. Diesmal wird es auf jeden Fall bestimmt eine längere Folge. Ah, okay. Da hin. Da hin. Und da hin. Okay, hoch. Uff. Uff. Na los, komm. Ja, war das fast noch jemand, oder nicht? Nein? Gut. Ich kann das Katapult immer noch drehen. Vielleicht komme ich so darüber. Okay. Oh, okay. Ah, ne. Andere Richtung. Okay. Okay, 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 okay. Damit geht es. Ich muss nur irgendwie da rüberkommen. Warte mal. Da ist ein Hindernis. Das muss ich aus dem Weg schaffen. Keine andere. Okay. Alles voll. Ja, das ist mir schon. Oh, da ist ja noch ein Katapult. Uff. So, jetzt reißen wir das Ding ab. Genau. Hat geklappt. Jetzt kümmere ich mich um das Tor. Aber diese Feuer, weil die so aufgelöscht sind. Okay. Oh, weiter geht's gar nicht. Aber ich kann Signalfeuer entzünden. Cool. Ja, toll. Ja, toll. Pass durch. Nur noch ein Schuss. Bums hat gemacht. Okay. Komm, rüber. Okay. Laufen, 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 laufen. So, sehr schön. Okay, gut. Was haben wir? Wieso ist die denn jetzt so komisch geschwungen? Oh, da drücken wir mal. Andere schon. Oh, von da oben läuft immer Wasser runter. Okay. So, dann müssen wir das halt nochmal machen. So. Nochmal schön hier hoch. Okay. So. Nochmal schön hier hoch. Ja. Oh, da. Ho seed. Oh, da. Ah. Oh. Oh. Ich glaube, dass das jetzt so okay ist. Eingefroren, so wie es aussieht. Die mongolen Armeen müssen vom Eis begraben worden sein, bevor sie die Hauptstadt angreifen konnten. Oh ja, da hinten sind Soldaten. Tot im Eis. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass das irgendwie auftauchen müssen, weil es so vereist ist. Wenn alles eingefroren ist, kann ich nicht ziehen. Ja. Ja. Oh. Okay. Okay. Noch ein Gewicht. Letztes Mal hat es geklappt. Okay, einen Moment. Oh ja. Oh shit. Ugh. ein bisschen höher es muss was geben womit ich den kran ausbalancieren kann ich glaube da irgendwie rauch zu hüpfen zu müssen das sollte den armen ausbalancieren damit muss ich den wahrscheinlich mit wasser füllen ist nicht wasserdicht ach so Bisschen Höhe! Ihr Geschäft! Oben dran festgehalten und trotzdem hier untereinander. Okay, macht nix. Ernsthaft? Bogen schützen. Ich muss sie ausschalten. Ich muss dieses Ding nur ausrichten. So, ich hab das. 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 Ich kann nicht die Händen treffen. Können wir nicht nicht weiter schießen? Noch einmal. Nicht überspendet. Na gut. Muss ich also mit den anderen Katapultein U2 noch machen? Okay. Weiß nicht Bescheid. Ihr wisst ja, das Sammeln und sowas ja. Das mach ich dann so für mich. Einmal ein bisschen da rüber und... Ich glaub das ist zu knapp, oder? Ich glaub das ist zu knapp, oder? Okay. Der Weg ist frei. Ach, das war doch ein 1a Treffer. Nein! Ich bin auf die Taste gekommen. Entschuldigung. Ich bin auf die Taste C gekommen. Ich bin auf die Taste C gekommen. Ich bin auf die Taste C gekommen. Hände weg von der Testatur. So ungefähr. Oh nein. Ach. Ach. Das sonst nichts mehr. Okay. Puh. Ach. 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 Wer schießt denn hier noch auf mich? Oh, von der Händen. Tschüss. Ach Mist, lass abrollen wieder, vergessen. Oh. 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 Oh, oh! Ja, gefinisht, von oben. Ja. Trinity hat den Durchbruch geschafft! Wir können nicht... Wir können sie nicht mal aufhalten. Ist, ähm, wo lang muss ich denn jetzt? Äh, aber gerade... Gerade? Keine Ahnung! Ah! Ach, Mist! Ich dachte, ich kann da etwas höher springen. Ach, Mist! Ach, Mist! Ach, Mist! Ach, Mist! Okay. Okay, we need to no more. We need to- Eins, zwei, zwei, vier. Okay. 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 Kappen hoch, Kappen. Ich will gar nicht wissen, worauf die uns da vor geschießen die ganze Zeit. Ähm, okay. Oh, da mein Lagerplatz entdeckt. Puh, okay. Hören wir was von nachher? Ach, schade. Aber da haben wir Fähigkeitspunkte wieder drin. Okay. Drei hier könnte ich machen und fünf hier. Ähm, machen wir den Überleben erstmal hier, wenn Jagden sinkt fertig. So, ich finde noch zwei, vier, sechs Punkte. Halt, wisst ihr was? Wir machen jetzt erstmal kurz hier Pause. Ja, also für euch feiern. Ich nehme gleich weiter auf. Und ähm, dann sehen wir uns auch gleich beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich noch alles uns Gute und lauscht einfach die Schüsse und die Schreie. Wir machen jetzt mal wieder ein. Es macht euch ein Mal. Nämlich. Wir machen jetzt mal wieder ein, das war-